Hallihallo, hier ist Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover, aber im Moment auch noch auf Island. Ich genieße hier gerade noch meinen letzten Kaffee, bevor ich gleich zum Flughafen fahre und es wieder zurück geht. Und ich dachte mir, ich mache heute gleich schon mal das Video nochmal hier aus Island, weil es schon was Besonderes für mich war. Du weißt es ja schon, es geht mir darum, nochmal mit dir gemeinsam zurückzuschauen auf die letzte Woche. Was waren die Momente oder was war der Moment? Es kann auch immer einer sein, der dich glücklich gemacht hat. Und warum mir das so wichtig ist, habe ich selbst diese Woche nochmal erlebt. Wir kommen ja ganz schnell immer wieder, dass wir an alte Erfahrungen kommen, dass das Negative, was wir vielleicht erleben, uns an alte Sachen erinnert. Und dass wir so halt das Problem haben, ich möchte mal meinen Kaffee abstellen hier, dass ich die Hand frei habe. Und dass wir uns halt eher schneller an diese Dinge erinnern. Und das Gute flutscht meistens schneller davon. So ist es mir selbst diese Woche wieder ergangen. Ich habe nämlich, als wir so eine schöne Abschlussrunde gemacht haben und ich von meinem Coach Sigrun und ihrem Mann Martin ein paar Worte gehört habe, habe ich gemerkt, ich höre nicht mit einem Ohr nicht richtig zu. Und da wurde was angetriggert, was bei mir was ganz Altes war. Also das heißt, manchmal haben wir auch dadurch nochmal die Chance festzustellen, ups, okay, was ist denn da noch offen? Aber kommen wir zurück zu den Glücksmomenten. Wenn du meinem Postings auf Facebook gefolgt bist, weißt du, dass es viele, viele Glücksmomente in dieser Woche gab. Die Landschaft, geil. Ich hätte es vorher nie gedacht. Ich habe irgendwie ein Bild von Island gehabt, was ganz anders war. Und was das für mich auch herausragende jetzt in dieser Woche war, mit der Zusammenarbeit mit dem Coach Sigrun und den vielen tollen Menschen, acht weitere Menschen waren mit in dieser Mastermind-Gruppe, an meinem Unternehmen zu arbeiten, an meinem Business zu arbeiten. Und es ist nochmal klarer herausgescheht, was das Thema ist, mit dem ich rausgehe. Keine Angst, es wird das Thema Beziehung bleiben, aber es wird nochmal deutlich klarer werden, was genau, das werde ich in den nächsten Wochen dich einfach auch immer weiter informieren. Und jedenfalls ist es nochmal klarer und mein Angebot wird noch deutlicher für dich und noch konkreter und um dich noch besser einfach zu unterstützen. Und ja, also das war so das Reiten. Ich bin das erste Mal geritten, richtig alleine. War irgendwie faszinierend, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, aber es war toll. Die Landschaft nochmal, wie gesagt, war einfach genial. Die Gruppe, das Gefühl hier, dieser Austausch. Du musst dich nicht erklären, es wird unterstützt. Also das ist genau das, was ich auch an dieser Gruppe wertgeschätzt habe. Und auch mein Coach Sigrun, den man vielleicht, wenn man sie erstmal kennenlernt, so gar nicht erkennt. Mir das aber schon vorher bewusst war, ich meine, ich bin in dem Themenfeld unterwegs, dass sie eine tolle Frau ist, die sehr einfühlsam ist und auch die sehr genau hingucken kann und auch sehr an dem Punkt ist. Und an den Punkten, wo es notwendig ist, auch einfühlsam ist, aber an den Punkten, wo man auch mal seinen Arschtritt braucht, auch genau das macht. Und genau das ist eine gute Mischung. Und ja, das hier auf Island, das waren die Momente, die mich hier diese Woche glücklich gemacht haben. Das waren meine Punkte. Jetzt freue ich mich natürlich, du kennst das schon, auf deinen Kommentar. Bitte schreib es hier drunter, unter das Video. Und ich freue mich auf deinen Kommentar. Was hat dich in der letzten Woche glücklich gemacht? Und erinnere dich bitte dran, kein Stress. Guck mal auf die letzte Woche zurück. Es wird bestimmt einen Punkt geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn du mir den in den Kommentar reinschreibst, dann erfreut das mein Herz, weil ich möchte hier keine One-Way-Show haben, sondern es ist ein Austausch auch mit dir. Also in diesem Sinne, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Flughafen und es geht zurück nach Hause. Darauf freue ich mich jetzt auch. Und hab du einen ganz tollen Sonntag und wir sehen uns. Dein Urlaubschwand ist. Ciao.